so guten tag willkommen zur nächsten folge minecraft franzl da genau und heute sage ich wieder hallo franzl genau ich habe nämlich einen guten merch da über ein neues franzl design wer das noch nicht kennt oder was hast du was ist das ah ja genau da ist der shop genau der heißt nämlich wie es hier eingeblendet ist 930.shop wie es hier eingeblendet ist 1 zu 1 einfach eben in google browser suche eingeben und genau da gibt es hier diesen rucksack der schaut richtig cool aus einfach mit so franzl logo drauf richtig cool und so roh da mit so einer exente und da da sieht man nämlich schon meinen kompletten shop da da mit so richtig franzl dings wo da so ein schnitzel drauf ist und das ist generell franzl design und wenn man weiter runter geht da sieht man die t-shirts ja ein hoodie in blau zum beispiel richtig cool eigentlich und oder so handy hülle genau handy hülle gibt es auch für alle möglichen handy samsung iphone huwai weiß ich was außer ob daraus dann gibt es da so ein schüttelpenal also wo man so stifte rein tun kann oder so und noch für handy so handy also so handy einpacktüte oder eine tasse richtig cool einfach da gibt es auch den turmbeutel den turmbeutel habe ich noch gar nicht gesagt der turmbeutel der schaut richtig cool einfach raus und ja wenn ihr in der schule oder so seid könnt ihr einfach da eben den turmbeutel nehmen fürs turnen und wo ihr ganze turnzeug reingeht und ja so wie gesagt jonas hat 30 punkt job hallo was machst du oh illuminati was für illuminati illuminati was ist eine illuminati oh jetzt bin ich wieder drauf gegangen ja was wer ist du da im meer drinnen im berg warte mal wenn der da drinnen ist kann ich da nicht eine okay erwöhnt ja was ist denn ja ich komm schon mit ja tschüss tschüss ja was ist denn so hallo wo ist die hüge so haben boden was ist denn böse doch vor dem bankkonto typ sagst du so der hüge oder der rakete a rakete an mal was ist denn das rocket an mal rakete rakete und wenn ich rocket mal aufheben rakete hat er würde irgendwie uns sprengen oder was würde er machen rakete musst du jetzt zum haus der rakete will mein haus springen mit mit dem ja ok warte mal ich schau mal hier an lottij bobo hilfst du mal lottij bobo die rakete aufzumalten müssen schon hier schauen ok ja komm schon mit ich bin dj bobo ja wie ist denn so dj bobo bin ja so ähm komm mit komm mit ich habe angst dass die wirklich einfach wirklich die komplette welt durch ihn gesprengt ich bin dj bobo ja servus sie kennen mich ja noch gar nicht oh versteck 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 kommen sie aus deutschland oder aus der schütz ich bin dj bobo ich komme aus der schweiz ich bin dj bobo bobo ok das hätte ich ihnen aber jetzt gar nicht anerkannt dass sie ja ein schweizer sind aus der heimat und kurie damit glaube ich oh mein gott was für eine melodie wollen sie mein persönlicher musiker werden ich bin dj bobo das freut mich meine mutter hört ihre musik ich bin dj bobo ihr lieblingslied ist jerry dame ich bin dj bobo ich bin dj bobo warte mal geh mal nach ich kann mal kamerasch kommentär hätt ich dann doch noch warum sind sie eigentlich nach einem allerwertesten benannt was hat das für einen hintergrund aber wer hat das nicht bobo ich bin dj bobo ja das weiss ich aber aber ok könnte ich wie sage ich denn könnte ich vielleicht ein autogramm haben ich bin dj bobo ich kann nicht lesen warten sie meine mutti mutti ja er ist da er ist da mutti Ich bin wirklich da, ich bin der grösste Schöpflein. Ja, ist da der DJ Bo. Ich bin DJ Bobo! Okay. Ja, Mutti. Welche Farbe willst das Autogramm denn haben? Welche Farbe? Okay. Ja, mein Sohn, du gibst mir einfach Hallo. Hallo. Warte Mutti, ich geb dir, ich geb ihm einfach den Telefon. Ja, bitteschön. Ich bin DJ Bobo! Ich habe noch ein bisschen was zu tun. DJ Bobo. Okay. Hallo, guten Tag. Ich bin DJ Bobo. Oh mein Gott, der ist der Große. Ich bin DJ Bobo. Okay. DJ Bobo? Warte, der wir haben. Der wir haben. Oh, äh, äh. DJ Bobo ist Handys. Okay, und lesen kostet nicht. Okay, alles gut. So kommst du mit? Sollen schauen wir mal. Was macht der da vorne? Arbeit? Warte, rennt der da vorne? Ich glaub der war da vorne, oder? Ich bin DJ Bobo. Ist der da drinnen? Da ist er nicht. Du hast den Raketen. Okay. DJ Bobo. Okay. DJ Bobo. Okay. Okay. Ich bin DJ Bobo und das ist mein Auftritt. Okay. Nein. Oh. Nein, das ist nicht. Nein. Nicht der Auftritt. Eine Wuppe hat gesagt, das ist falsch. Sie brauchen die richtige Sonntagshose. Sonst ist das. Sonst geht das nach hinten los. Ich bin DJ Bobo. Ich bin ein Super DJ Bobo. Ich bin ein Super DJ Bobo. Geht schon, muss ich nicht. Bobo. Nein, DJ Bobo. Nein. Es ist ein Bomber, glaube ich. Bobo. 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 Nein, das ist wirklich du. Das ist nicht der Optimale. Oh. Oh. DJ Bobo. Oh, zum Glück hat alles. Du und dann. Nein, nein, nein. Alles gut. Das war es mit dir. Okay, der wird dich jetzt auslösen. Ey, was machst du nicht? Was ist denn Bewegungslöser? Oh. Oh. Bankkontotreiber. Bankkontotreiber. Klon 1. Der ist einfach gerade explodiert. Der DJ Bobo-Dings. Okay. Schnell auslösen hier. Okay, der ist explodiert. Warte mal. Halt die Raketen irgendwie. Ich glaube die ist eh schon. Warte mal. Ich zerstöre einfach. Okay, da ist wieder das. Ich zerstöre einfach den kompletten Computer und nehme mir mit. Alles gut. Äh. Dann, glaube ich. Passt das schon irgendwie. So. So. Äh. Alright. So. Bam, bam, bam. So. Alles gut jetzt eigentlich. Ich hoffe jetzt irgendwie noch einen Klon oder irgendwas. So einen Klon oder so. Hoffentlich nicht. Hä? Hallo. Hallo, Detlef. Hä? Party? Ja, Party. Neuen Friedrich-Dieter. Neuen Friedrich-Dieter. Genau. Äh. Ja. Teleport? No. Det-det-det-detlef. Ich sehe jetzt eigentlich aus. Monka! Monka! Wo ist Monka? Okay. Okay. Mokka, Mokka. Alles gut. Okay. Oh. Äh. Bin ich da und da. Okay. Äh. Alles klar. Ähm. So. Wenn wir schon da sind, würde ich sagen. Äh. Wie gesagt. Äh. 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 Hallo. Detlef. Okay. Der hat mich jetzt teleportiert. Äh. Wo ist eigentlich der große Franzl? Sind da so Sachen drinnen? Nein. Sachen sind nicht mehr drinnen. Da war mal U für Geld eigentlich drinnen. Mensch. Will ich gerade das Geld reingeben. Äh. Hallo. P. Franzl. Äh. Was hast du da in der Hand? Äh. Hallo. Äh. Das ist irgendwie gedraht. Gell? So. Muss ich so machen. Ja. Warte. 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 So. Äh. Ja. Genau. So. Warte. So. Und so. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Oh. Du hast das zerstört. Egal. Äh. Ja. Cooles. Franzl. Dings. Ja. Alles gut. Ein Herz. Ein Herz. So. Ich habe es jetzt. Nicht schlagen. Okay. Jetzt ziehe ich mich wieder. Nicht schlagen. Ich habe wirklich. Ich habe es jetzt. Was ist ein großer Franzl? Okay. Der ist wahrscheinlich wieder vom Balkon gesprungen oder so. Äh. Ja. Ja. Ich bin schon frei. Äh. So. Gehen wir zum Vermieter. Okay. Gehen wir zum Vermieter. Vermieter! 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 Vermieter hat kann. Ja das stört mich denn jetzt. Vermieter ist bitter. So ich kann einbrechen. Warte mal. Wo ist er denn? Mit der 6. So. Sag ich mich kann nicht. Okay. Wo ist ein großer auf der... Ist ein großer auf der Dusche? Oh. Da hast du sie. Vermieter Zeit nein. Zeit nein. Ist er da drinnen? Oder? Äh. Was ist er? Ja ja ja. Ja, ja, ja. Okay. Äh, äh, äh! Was du du hast, ist hier! Oh, oh. Hallo? Ich glaube er ist weg, offensichtlich. Okay, das ist so gut, gut, gut. Ich glaube ich geh mal, oh, ah, hallo, hallo. Ich glaube ich weiß nicht, dass ich hinterher stehe. Buh! Ich glaube, der ist so viel du. Servus! Ja, servus, ich brauche meinen Zimmer-Service. Ich habe ausgeschied. Äh, wo hast du ausgeschied? Ich brauche deinen Zimmer-Service. Wo hast du ausgeschied? Eigentlich genau. Ja, die Stelle will ich ja nicht öffentlich sagen. Okay, äh, Zimmer-Service. Ausgeschied hast du? Kannst du dich kümmern, ausgeschied? Ja, ausgeschied. Ausgeschied, oder? Weisst du, wo ich eine Hose waschen kann? Und wo man Flecken rauskriegt? Ja, kannst beim Dings machen, ja. Zimmerdienst ist am Weg. Was? Okay. Äh. Okay, so Pipp, die muss weiter. Oh. Pipps jetzt. Und. Es ist, ich lohnt. Hä, Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, ja. Äh. Hallo? Ähm. Hä, Lila. Hä, Lila. Ja, Lila, ja, ja, Lila. Hä? Mädchen, ja, Mädchen, Mädchen, oder? Mädchen. Ah, Mädchen. Nein, nein, nein. Alles gut. Lila. Ähm. Nein, nein, nein. Lila. 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 Lila will heiraten. Lila. Oh, oh. Nicht ablehnen. Nicht ablehnen. Oh, oh. Ha! Spaß! Hässlich! Ha! Bist du hässlich? Was geht? Nein, nein, nein. Jetzt schon, jetzt schon. Nein, nein, nein. Ah, jetzt. Oh. Äh. Oh. Detlef, äh. Ha! Detlef. Detlef Sport machen. Detlef. Okay, äh. Ich würde jetzt irgendwie sagen, das war's für die Folgen. Wie gesagt. Franzl, äh. Möchtet ihr einfach euer johannaslein30.job auschecken, wie sie eingeblendet ist. Und der Detlef spielt sie da hinten. Ähm. Ja, einfach. Hier gibt es richtig coole Leiberl. Also richtig für coole T-Shirts. Und viele Mäbchen. Alles Mäbchen. Wie gesagt. Einfach rechts oben beim i auschecken. Und, ähm. Ja. Und einfach johannaslein30.job wie hier eingeblendet. Ja, Detlef. Ich würde sagen, dass du ein Like und ein Abo da. Und mach die Glocke an. Für mehr. Und, äh. Ciao!